Kinder brauchen heutzutage dringender denn je ein gezieltes Fitnesstraining, welches eine Abwechslung zum Alltag darstellt. Konzentration wird dabei gefördert und Haltungsprobleme wird vorgebeugt. Wichtig ist, dass es den Kindern viel Spaß macht, dann sind sie noch besser motiviert. Musik- und altersgerechte Gruppenfitnesskurse sind besonders für Kinder sehr geeignet. Lesen Sie hierzu gerne mein dazu erschienenes Kinderfitnessbuch im Amazon.